So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play auf Deutsch, Jack the Lines 2. Kleine Änderung, ich war ein bisschen länger von meinem Windows-PC getrennt und deswegen geht es jetzt erst weiter. Und es gibt eine kleine Änderung in der Ausrüstung, da ich ein Save-Game zurückgeben musste. Es ist eigentlich alles ähnlich verlaufen, nur ich habe kein SGS mehr, weil die Gegner nicht mehr so freundlich waren, eine fallen zu lassen. Aber ansonsten läuft der Plan genauso. Ich habe jetzt erstmal vor, die Sam-Zeit zu stürmen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, da mache ich mich jetzt auf dem Weg. Hier ist die, das weiß ich, zufälligerweise. So, gucken wir, ob wir noch zeitig ankommen zur Nacht. Ne, tun wir nicht, aber ist auch egal. Gut. Das probieren wir jetzt einfach mal so. Damit sich der Helikopter-Pilot auch richtig lohnt. Die Queen hat eine Sam-Zeit-Modus. Und mal gucken. Ich glaube, ich werde mich hier von Süden heranschleichen, dann dieses Gebiet hier mit Gras als Deckung nutzen. Und dann mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, die Jungs aufzumischen. Ich glaube, es ist ja am besten, wenn Aira ein bisschen weiter hinten bleibt und die Rücken sichert. Nicht ganz. Aira. Gut. Ja. Und hier bewegen wir uns vorsichtig nach vorne. Grunty sollte, glaube ich, ebenfalls eher die Seiten und die Rückseite sichern, während die Jungs hier nach vorne gehen. Ah. Ist entdeckt mit einem Gewehr. Ich hoffe mal, dass die mich noch nicht gesehen haben. Ja. Ständig bei. Ja. Kann ich, kann ich nicht hinlegen. Ständig bei. Schaut in die richtige Richtung? Nein. Aber es geht noch. Gut. Gut. Ähm. Du hast meine Ecke. Ja. Hoffentlich hat er uns noch nicht gesehen. Er hat uns gesehen. Aira kann ich da unterbrechen und kann aber nichts anfangen. Uh. Ah. Scheiße. Mhm. Ich wette, er hat nichts auf Grunty gezielt. Grunty kriegt mal wieder alles ab. Ah. Okay, hier scheint eine ganze Menge los zu sein. Mal gucken, ob wir das schaffen. Target in Sicht. Ja, jetzt mit diesen ganzen Unterbrechungen kann ich gar nichts anfangen. Danke. So. Jetzt sind alle schon mal mit Gewehren ausgestattet. Hoffentlich fallen da ein paar für mich ab. Jo. Treff. Nein. Treff. Ja. Sehr gut. Noch ein. Ja. Das kommt schon. Oh. Wir müssen es schaffen, einen hinzurichten, bevor... Hm. Bevor die dran sind. Alter, wie fällt der aus? You got my ear. Aira, komm. Noch so einen magischen Schuss. Ne. Er hat ja auch nicht mit gerechnet. Ja, seine Treffungneuigkeit scheint ein bisschen nachgelassen zu haben. Ja, schön, schön, schön. Nein. Huh. Schieß nicht. Schieß nicht. Gut, das ist doch gefundenes Fressen für Aira. Das schafft die. Huh. Und wieder auf Grunty. Was soll das? Die arme Sau. More evil people. So. Aira. Enttäusch mich nicht. Nein. Und sie hat mich enttäuscht. Grunty schafft das. Aber Grunty, komm schon. Yeah, zwei Punkte. Yeah, 13 Punkte. Banz steht auf und gibt dir den Rest in den Kopf. Wie ist das? Neun. Zwei umdrehen sind sieben. Ich glaube, so. Das ist am klügsten. Oh. Was sind das alles für Schützen? Nein. Was sind das alles für Leute? Was die einstecken? Hallo? Critical pur. Na gut, der ist hier, glaube ich, jetzt gerade gefährlicher. Another falls before me. So. Ähm. This rate? I shouldn't be perfect. Ja. 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 Hilfe. Ja, super. Aber es ist schon vorher gezeigt, wie nützlich du bist. Ich hoffe, jetzt einfach mal, dass von links und rechts von der Seite oder so nichts grünkt. Ich glaube, ich hätte mich doch lieber hier durch den Zaun schneiden sollen und mich reinschleichen, aber... Nein. Kann ich alles kriegen. Okay. Probier's. Yeah. Einer tot. All right. Für Unterbrechung, und der heute probiert's. Und schießt gegen den Baum. Das kommt, geht auch in den Feldern näher ran. Und probiert denn diese, diese hoffnungslosen Sachen. Sollen ein paar Felder näher rankommen und dann will ich die zerschnetzeln. Vielleicht, ähm... Ich entscheide mich für einen taktischen Rückzug und versuche mal, meine Leute ein bisschen neu zu positionieren. So. Und hoffen mal, dass die Leute dann ein bisschen klüger in mich reinlaufen, nachdem ich eine bessere Position habe. So. Ähm... Ich werde mal versuchen, mich hier aufzustellen, wenn's geht. Das gefällt mir schon wieder alles gar nicht, was hier jetzt läuft. Ich bin auf. Du hast mein Ere. Ich bin auf. Ja. Na. Nochmal Windows-Taste. Nochmal Windows-Taste. So. All right, son. Ja. Agreed. Standing by. Gotcha. Grunting noch hinterher. Klick, klick. Mal sehen, was passiert. Du hast mein Ere. Ich bin auf. Ähm... Banz blutet wie ein Schwein. Habst du das Gefühl? So. Kurz neu positionieren. Mal schauen, wie ich das am besten löse. Gut. Ich hab mir überlegt, ähm... Huh. Ich hab mir jetzt gar nichts überlegt. Ich hätte, glaub ich, doch lieber auf die Nacht warten sollen, anstatt... ...jetzt hier so ein... ...auf Hushush zu machen. Aber... ...alles rächt sich. So. Franz. Zurück. Du hast mein Ere. Roger. So. Iron nimmt hier auch so ein erstes Päckchen gleich schon mal in die Hand... ...und kümmert sich dann hinten um die Verletzten. Hoffentlich läuft mir jetzt einer irgendwie vor das Visier oder so. Du hast mein Ere. Ja, was machst du denn? Ich spiele die schweilen Menschen. Du hast mein Ere. Was soll das denn? Egal. Ja. Hinlegen. Anlegen. Ziel. Nicht treffen. Der schießt bestimmt von da hinten. Ja. Ja, aber... Ja, gut. Vielleicht kann Banzos probieren aus der Entfernung. ...während gerade jemand... Au. Ja, sehr gut. Ja, gut. Gunty darf auch nochmal einen Versuch wagen. Ha. Ah. Bin ich... Das funktioniert noch einigermaßen. Letzten Schuss darf den Stairwater machen. Ja. 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 Ne, mache ich erst, wenn der Typ erledigt ist. Puh. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Und damit verabschiede ich mich mal aus diesem Video. Dann bis gleich zum nächsten.